nur leute herzlich willkommen zu einer neuen folge mein scharf bau xxl projekt zusammen mit luna hier in die aufschlagen wer als erstes diamanten findet der bekommt zählt sechs von mir das meine ich gerade ernst okay ich mache mich bereit wir machen erstmal xxl folgebauprojekt und dann geht's richtig los schild dass keine monster uns angreifen das war's leute wir gehen jetzt in die fahrmeld ich habe mich wert vergessen wir sind hier die besitzer von ist meine insel jeder kann drauf spielen aber noch nicht ja wir sind noch die owner hier von wir müssen alles noch machen oder ja ich bin schon in die farmwelt du darfst nicht mit mir mitgehen sonst wäre es verboten ich habe schon stein alles klar ich gehe auch mal suchen du darfst aber nicht mit mir mit jeder geht mit anderen weg soll ich erst mal tag machen ich habe mir ein wassereimer vergessen ja ich habe sogar ein video wie es nicht geschafft habe einfach verfehlen ja das habe ich mir angesehen ja warte nicht sagen wo bitte ok wir wollen ja nicht wir wollen nicht alles liegen gleich ja dieses video war echt geil das video ist sogar viral gegangen kann ich euch mehr verraten aber mehr verrate ich euch auch nicht welche höhe bist du schon ich bin schon höhe 44 ich bin schon höhe 44 ja gut 55 bin schon bei 31 ja geht warte wo steht sie oben ganz oben links ich habe unsere minecraft warum hast du so viel ich habe 60 ich habe 60 keine ahnung guck mal rechts die cpu an hier 12 kerne keine werbung bitte er weiß ich aber ich bin schon höhe fünf ja heißen ich glaube ich finde gleich eine höhe ich auch diamanten wirklich jetzt ich habe mich auch noch im kreativ hatte ich auch gefunden gehabt genau wie du ja ich habe mich 100 gebaut also leid ich habe gewonnen die bitte warte noch ok ich bin auch ein hauber aber das schon verloren das war ist ja ja ich brauche jetzt auch noch an die ich habe die ganze zeit mit kreativ abgebaut hast du gedacht hast du gedacht ich will dich verarschen und das steht dann im chat sogar da wegen diamanten gefunden habe ich habe gold gefunden ok und ich dachte halt wirklich das war's ich habe aber kein nix weg benutzt ich wusste es auch nicht vorher bitte glaubt mir doch mal man weiß nicht und wenn die jederzeit kurz x-ray ausfalten ich habe eine höhe gefunden egal wenn mir sweat stone redstone ich hab's einfach ich hab schon fackeln engst ich finde noch mehr tiers da kann ich mir sogar schnell gleich mit tierrüstung machen ich weiß nicht ich habe schon gewonnen nach fünf minuten habe ich schon gewonnen nach fünf minuten gewinnt der guck mir mal bei disco zu komm mal bei ressourcen hier siehst du ich habe kein x-ray drin die habe ich auch ja aber ich du hast gesehen ich habe kein drin x-ray einfach noch fünf minuten gefunden ich komme mal wieder hoch kam hast du verdient ich würde jetzt so gern auf den tipps hauen aber kann ich nicht kannst aber morgen machen sag mal dein dominik bruder hier dass ich schon nach fünf minuten diamanten gefunden habe ich habe auch ich habe gewonnen das haupt base treffen zurück das sind sechs diamanten hast du glück drei drauf nicht nicht stelle ich habe nur drei gefunden ich hab's nicht ja das zurücktreffen kommt zurück ich bin hier unten ich finde hier bald keine höhle mehr wieder in der insel aber ich weiß nicht mal wo unsere insel ist also da weißt wo ich war guck mal ich war hier drüben ja ich hatte gesehen aber ich wusste nicht so genau was du erst mal meint ist weil ich dachte erst mal aber dann wusste ich doch nicht verarschen also challenge habe ich gewonnen roti also ich dachte mir schon mal die aus holen weißt du was woher kommen die diamanten herzlichen glückwunsch woher kommen haben sie wohl geregnet hat euch tippet ich mal zu mir so viele dias solch eine truhe machen ja warte ich muss meine dreckigen sachen hier weg das schmeißt du hier rein in der truhe das sind müll sachen dabei einfach nach fünf minuten hier hier kommt das rein die arbeit die arbeit hier kommen die äh, bei dir liegen noch vor dir Dias warte hallo, da können wir was richtiges bauen das sind so viele die passen nicht mehr in einer Truhe doch da tust du den Müll hier rein, warte, ich tu es rein, bei mir oder, ja, oder so einfach das Holz lässt du, ok ja, warte, ich tu es wieder rein das Holz bitte nicht, die Eichenstämme einfach nach 5 Minuten dir gefunden ja, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier, hier wir sind reich mega mein Inventual sind jetzt nur noch 3 Sachen also Eisenstick-Ecks was sagst du dazu? mein Wasserheimer ja, was sagst du dazu? reich einfach nach 5 Minuten dir gefunden ich bin reich ja, wir sind reich nein, nein, nein ok, ich bring, ja guck mal in der Truhe ich bin hier hinten ja alter, nach 5 Minuten dir gefunden wie geil ist das denn? was sagst du dazu? er ist jetzt der Gewinner was also, ich hab mehr Diamanten ja, aber du hast trotzdem nicht gewonnen hier, der Beweis hier, der Beweis Feuer einfach nach 5 Minuten dir gefunden dann weißt du, was wirklich stimmt und ich hab nicht gelogen hast ja gesehen dann weißt du, was stimmt bei Frauen ne, red nicht über Frauen ne, Frauen wenn die an ein Auto steuern wollen auch an Steuern es wird teuer ah, aber es wird halt wirklich teuer alter, mein Mikrofon ist runtergeklatscht sorry Leute, wird die Mikrofon umklatschen ich konnte nix dafür die Mikrofone werden jetzt abgeschaltet das war lustig wir machen pvp ich hab doch kein Essen ich dachte, du bist besser als ich naja, ich hab kein Essen mit Essen würde ich es schaffen warte, dann geh ich dir was essen ja jeder kriegt so viel wie ich okay, warte, ich nick mich voll es hat noch nicht gesehen, dass ich Schweinfleisch esse nein, nein kennst du die militante Veganerin ja oh Gott, die nervt ja, die nervt wirklich sag, sie sagt zum Kopf los du, da traut sich jemand nicht Junge schieße nicht Junge, hör auf ich bin fast tot Junge, warum schietest du ja, ey, hör auf ja wir waren da noch mal kurz an der Werkbank ich will nur kurz was craften okay, ich bin jetzt wieder bereit einer Axt da steht sogar alles im Chat die Tschüsser haben sie es mir verraten Junge, hör auf ja ey, Junge wie ehrenlos bist du ja, da traut sich sich man selber nicht Junge, hör auf da hast du selber Angst okay, komm ohne Schild ohne Schild mach Schild weg Schild weg wirklich selber weißt du meine Maus nicht ja, warte doch mal kurz ach du ach du da kämpft sich jemand wohl mit dem Schwert Junge ey sammelt ich leg deine Sachen wieder hin da ist jemand auch mit gestorben ich hab doch gesagt ich leg deine Sachen wieder hin du gibst meine Sachen wieder oder so bist tot mach doch jetzt siehst du doch oder ja ne ich werde den Server gleich wieder nicht empfehlen schalten ja da mach doch mimi mimi sonderhose äh äh deine Hose war gut weg einfach so deine Hose ich hab keine Hose mehr wo ist meine Hose hin gleich auch noch mal Unterhose ist weg das wäre wirklich kacke oder ey du schuldest mir auch noch was ein einziges das ganz der hat das was du gerade in der Hand hattest nicht nicht das der hat ach komm schon warte ich will was machen bitte da ist jemand wohl im Wasser geklatscht hallo nur was machen eh du bitte lass das doch mal da ist jemand im Wasser gelandet ja warte mal sag mal kurz leise ich will schon was hören wie es regnet als das regnet sauharte hier guck mal warte ich hab dein Schild hingelegt ja hast du wirklich mein Essen geklaut nö wirklich jetzt du hast mein Essen mein Essen jetzt bin ich zufrieden wenn ich Essen habe wenn ich Essen habe bin ich zufrieden okay stopp das war nur einmal hallo übertreib dich nicht ja wenn ich einmal fei wenn ich einmal geschlagen werde das ist halt wirklich so bei mir instant feite ich hm wirklich instant ok wer mehr als dies findet wir gehen eine andere Richtung da kommt dann 10 ach so hast du ja 10 Stacks schon bekommen was kann ich mir mitnehmen warum nimmst du alles mit das lass ich doch liegen und das ist für uns beide ich hab das soll es einfach kurz genommen das ist für uns beide das weißt du ja ja Digger bei mir draußen explodiert gerade alles Digger es ist einfach Regen ohne Tod ich baue unsere Wohnung wer ist das ok wie laut regnet Skala 1 bis 10 naja 10 das ist saulaut oh ich bin im Messer gelandet Junge kann jemand sagen dass keiner sag mal den Owner Bescheid da soll mal online kommen ja von wem na schreib mal Owner da soll mal hier in den Server kommen da soll mir mal Rechte geben hm was überleg mal um netherratch Sachen zu machen also holst du jetzt den Owner oder nicht oder muss ich es machen ich bin verwirrt du weißt doch der Owner ist nicht ich bin nur das Server Team leider doch ich bin jetzt wirklich verwirrt äh was sehe ich hier ja dann nimm mal da ähm nix 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 warte ich quaffte die um ich quaffte die um bitte 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 Hallo warte warte bitte warte ok komm jetzt reicht das haus zerstört der warte bitte wenn ich bitte sagen dann tust du das auch wenn man bitte sagt dann tut man das auch weil sonst ist das unhöflich du auch okay wartet du willst noch ein kill noch was zu sagen bevor du gekillt wird witzig doch ernst ab in die laber damit ab in die laber damit ab in die laber aber ich könnte gleich ein vorteil erstellen leute ab in die laber sonst in die laber okay mache ich in die laber schön gut aus ob sie die anbauen tja ich habe ihn gewarnt wenn es kommt dann hat er die auskarte wo fange ich am besten an alter wir gleich mal ausrastet ich würde es gerne nicht machen aber ich muss es leute 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 der hätte lieber auf mich hören müssen ab in die laber damit k k k k k k k Junge, wer fällt das gleich bei dem... Oh oh! Oh oh! Uh, das war knapp! Soll ich Leute? Bei 200 Likes mach ich! Also Leute, bei 10 Likes, bei 2 Likes mach ich! Ciao!